Wenn Sie glauben, Sie hätten einen schlechten Start gehabt. Ach, du hässliches schwarzes Ding, sowas will doch keiner. Wenn Sie glauben, Sie hatten eine schwere Kindheit. Spiel damit! Wenn Sie glauben, Sie hätten in Ihrem Leben immer nur Pech gehabt. Hast du schon eine Freundin? Nein. Naja, jetzt schon. Sehen Sie diesen Kerl. Norbit! 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 Mit einem Riesenproblem. Verstell mir nicht immer meinen Sitz. Der wissenschaftliche Beweis, dass du ihn verstellt hast. Das ist keine Wissenschaft. Doch, und damit basta. Ich meinte, er... Was soll ich nur tun? Also ganz im Vertrauen, Norbit kriegt einfach nicht genug von mir. Boom, bam, boom, boom. Aber ich bin nämlich böse, hey? Eddie Murphy. Lauft um euer Leben! Eddie Murphy. Das ist wie im Horrorfilm. Und Eddie Murphy. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was... DreamWorks Pictures präsentiert. Verzweihung? Was? Fragen Sie eine Badehose? Oh, natürlich habe ich eine Badehose. Okay. Norbit. Was ist das? Oh, ich rutsche! Heilige Mutter Gottes! Oh, ich rutsche! Das ist es je, je rutsche! Oh, ich rutsche! Vielen Dank.